Die kommunikationsbiologische Matrix, und ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären, ist etwas diffiziles, sage ich jetzt mal, aber ist eine Kommunikationsebene innerhalb ihrer Zellen, im Speziellen innerhalb der Mikrotubuli ihrer Zellen. Und diese Mikrotubuli können wir sehen oder verstehen als Balken eines Fachwerkhauses, welches, wie beim Haus selbst, welches die Mikrotubuli der Zelle Gestalt und Form geben. Ihre biologische Masse, ihr Körper, baut sich in der Sekunde 40 bis 43 Mal auf und zerfällt wieder in sich. Dies wird gesteuert durch Licht, durch ultraviolettblaues Licht. Das ist aber nur der Steuermechanismus. Die eigentliche Steuerung geschieht durch ein Unterbewusstsein in ihrem Kleinhirn. Dieses Kleinhirn wiederum ist ein absolut nicht subjektives Bewusstsein, das wir um unsere Sorgen, Ängste, Emotionen absolut Bescheid weiß, aber, sage ich jetzt mal, dadurch nicht beeinflussbar ist. Dieses Bewusstsein kann viele Dinge verändern, korrigieren, Bakterien abtöten, Viren abtöten, exakt, millimetergenau feststellen, wo tun sie, durch welche Emotionen, welche Zellen, welche Zellrezeptoren verändern und wie schädigen sie sich durch ihre Emotionen. Das werden wir uns nachher schon mal alles anschauen. Das heißt, die primäre, die wichtigste Aufgabe unseres Gehirns ist eigentlich, Bilder zu formen. So funktioniert Information. Was Cobimax macht, es geht oder es reduziert jede verbale Sprache auf eine Primärsprache. Das ist eine reine Bildsprache und mit dieser Methode können Sie mit jedem anderen Menschen kommunizieren. Es ist dann so, dass nicht ich das korrigiere, sondern das ist Ihr eigenes Unterbewusstsein. Wenn das alleine nur meine Sprache hört, dann beginnt es zu korrigieren. Wenn ich jetzt schon Dinge anspreche, die für Sie ein Problem darstellen, beginnt dieses System autoregulativ durch sich selbst zu korrigieren. Nur, dass Sie das jetzt schon wissen. Für Sie wichtig, mit diesem System können wir willentlich, vorsätzlich oder ungewollt keine Schädigung herbeiführen. Denn dieses System versteht oder weiß genau, was es dem Körper, dem Organismus zumuten kann und was nicht. Über dieses Schwingungssystem, dieser Mikrotubuli, können Sie Medikamente einbringen in Ihren Körper. Über dieses Schwingungssystem können Sie jede Therapieform, die Sie sich vorstellen können, leider, können Sie implizieren. Sie ist schon in Ihrem Kopf drin. Die größte Apotheke, die es in diesem Universum gibt, ist Ihr Kleinhirn. Und dann ist das für das Kleine oder für Ihr Wachbewusstsein oder für Nucleus caudatus kein Problem. Denn es hat Daten angelegt, du wirst täglich vergewaltigt, du wirst geschlagen, aber du lebst. Das ist das Primäre, was es überlegt. Wenn Sie allerdings jetzt einen Entschluss fassen wollen, Sie wollen sich trennen von Ihrem Peiniger. Alarmstufe Rot, denn dafür hat Nucleus caudatus keine Vergleichsordner. Und nichts ist schlimmer als das Unbekannte für dieses primitive Gehirnteil, was in uns drin ist. Und es generiert nicht nur Angst, sondern es hypergeneriert Angst. Und über Angst sind sie steuerbar. Über Angst kann man ganze Nationen, kann man Milliarden von Menschen steuern. Wir haben so viele Zellrezeptoren pro Zelle. Stellen Sie sich bitte vor, nicht nur drei Rezeptoren, sondern etwa 1.000 bis 10.000 Zellrezeptoren. Pro Zelloberfläche, das ist sehr viel. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, was medizinisch leider vollkommen außer Acht gelassen wird. Aber es ist hochinteressant für Sie, sich selbst besser zu verstehen. All diese Gefühlshormone müssen, um dort reinzukommen, von Rezeptoren aufgenommen werden. Und sie werden von Rezeptoren aufgenommen, aber meistens von Rezeptoren beispielsweise, die Mineralien aufnehmen. Der Calciumrezeptor ist bei über der Hälfte von Ihnen, sage ich Ihnen jetzt schon, völlig desolat. Er nimmt kein Calcium mehr auf. Wie kommt das? Das Gefühlshormon, was hier gebildet wird, hat eine fast gleiche Struktur wie das Calciumatom. Und das Gefühlshormon steigt hier ein. Nehmen wir mal ganz einfach das Gefühlshormon Ärger als Beispiel. Wenn es gebildet wird und über den Calciumrezeptor einbringt, informiert er die Zelle Ärger. Wir fühlen uns ärgerlich. Wenn wir das aber öfters tun, und verdammt nochmal, das machen wir leider, führt das dazu, dass wie eine Droge, Heroin, Kokain, Alkohol, Nikotin, dass wenn wir ein Gefühl stärker spüren und der Rezeptor öfters dadurch gebraucht wird, wird er missbraucht und er wird hyposensibel. Hyposensibel heißt, er verändert sich. Er hat nicht mehr die gleiche Struktur. Sehen Sie das? Das ist nur schematisch dargezeichnet. Das führt dazu, dass Calcium nicht mehr aufgenommen werden kann. Es passt nicht mehr hier rein. Das Gefühlshormon passt sich aber hier an und kann hier rein. Da der Rezeptor nicht mehr fähig ist, es exakt aufzunehmen, verbraucht die Zelle innen drin ein größeres Maß von diesem Gefühlshormon. Und jetzt ist ganz interessant, Calcium kommt nicht mehr rein. Wir tun aber anstelle des Calciumsatoms Ärger jetzt der Zelle zuführen. Und der Calciumrezeptor ist nur noch fähig, Ärger aufzunehmen. In dem Fall jetzt, das führt dazu, dass die Zelle nach außen, ihrem äußeren Bewusstsein signalisiert, sich zu ärgern. Ich zeige Ihnen das nachher. Das heißt, Sie ernähren sich durch ein Gefühlshormon. Nicht nur durch eines, sondern durch viele. Wir haben aber eine viel größere, sag ich jetzt mal, Vergiftung hier drin. Das ist diese emotionale Neuropeptide, die plötzlich anstatt von Nährstoffen tun Sie die Zelle ernähren. Das führt dazu, dass die Zelle Sie von innen heraus zwangsmäßig dazu führt, die und die und die Emotion, nach der Sie süchtig sind, immer wieder zu erleben. Weil es das Einzige ist, was Sie noch anstatt dieser primär Mineralien aufnehmen können. Alles, was Sie spüren, sind Korrekturen, die Ihr Kleinhirn in Ihrem Körper autonom vornimmt. Das heißt, ich gebe nur das Thema vor. Das sind Schriftzeichen, die Ihr Wachbewusstsein nicht versteht, aber Ihr Unterbewusstsein hält sich sofort dran und kann das entschlüsseln und beginnt sofort damit zu arbeiten. Passen Sie auf, was Sie spüren. Es könnte sein, ich darf es ja nicht diagnostizieren, dass jetzt alle entzündeten Zellen im Moment reagieren. Ich habe vorhin erklärt, dieses Bewusstsein ist tatsächlich eine Form, die in Ihrer potenziellen Zukunft lebt. Und dieses Bewusstsein sieht Sie als seine Vergangenheit an. Wir korrigieren die Vergangenheit dieses Bewusstseins und das sind Sie. So, wir haben es hier mit einer Emotion zu tun, die aber absolut menschlich ist und wenn Sie das sagen, Sie spüren etwas, ich kann es Ihnen gleich vorneweg sagen. Es geht hierbei um Angst. Ich nehme Ihnen jetzt ein gehöriges Maß an Angst jetzt schon ab und zwar die Angst, die nicht mehr physiologisch ist. Angst ist eigentlich dafür da, um, wie gesagt, das Überleben Ihres Körpers zu sichern, aber die Ängste, die jetzt rückwärts laufen, sind Ängste, die Sie zur größten Sucht machen. Was passiert durch diese Gefühlshormonangst? Angst besitzt die Macht genauso wie Hass, dass es nahezu 100% aller Zellrezeptoren so manipuliert, dass nichts mehr, kein anderer Nährstoff, kein anderer Signalstoff, kein Hormon und kein Publisch mehr da hineinkommt, als wie nur Angst. Dadurch muss der Mensch, der Angst so tief erlebt, seine Angst immer wieder selbst erzeugen. Sie wird zum Selbstläufer, zum Perpetuum mobile. Und wenn ich ein großes Volk beherrschen will, und bitte missverstehen Sie mich nicht, wenn ich das jetzt so ausdrücke, Aber wir hatten Menschen gehabt im Dritten Reich, die das exakt wussten.